Musik Ich bin Sophie Franke vom Pull-Up Procesta. Wir schreiben abends Mai 2015 über uns fliegen. Hier gibt es Modellflugzeuge über den Alment. Dort, wo jedes Jahr unser Openair Frauenfeld stattfindet. Naja, wir sehen, wir haben es zeitlich nicht ganz so weit. Aber so sieht das Openair Frauenfeld aus, wenn noch keine Zeltler um die Bühne stehen. Nun, mit dieser Minderkeit vom Pull-Up Procesta und dem Openair Frauenfeld. Naja, vielleicht schaffen wir es ja 2016. Das Happening, dass wir da sind und den richtigen Kamin zu verwischen mit dem Openair Frauenfeld zusammen. Wir sind das Pull-Up Procesta und wir sehen, wie alles gut läuft 2016. Genau wieder da mit allen Zelt und allen Bühnen. Peace! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017